So Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sitzen jetzt auf diesem schönen Kirschturm hier fest, kommen nicht mehr rüber. Können zwar die Glocke läuten, aber haben dann keinen blassen Dunst, wie wir entkommen. Oh, die Zugsperspannung. Das ist richtig scheiße. Ja, egal. Die Leute, wenn wir... ...do, wo die ganze Leute anlocken. Und wie weiß, vielleicht packe ich halt einen Sprung rüber aufs Dach. Haha, das wäre doch mal was, ne? Der kleine Danny-Cam springt über die Schlucht. Über tausende von den Typen sind weg, das ist doch schön. Ja, haha. Ich meine, es ist höher gelegen, wie das Dach da drüben, also eigentlich könnten wir es schaffen. Ich habe halt nur... Ich habe halt nur einen Arm, ne? Der andere haben sie mal abgehackt. Ah. Das Abfangen wird halt nicht so schön. Mit einem Arm gefangen. Es geht ab. Ja. So, jetzt finden wir nicht mal hier weg. Das ist doch schon mal schön. Ich kann sehen, mit einer Hand geht das auch noch. Hat der Typ ein glares Auge gehabt? Ach, scheiße. Wo ist jetzt unser Boot hin? Kann man das irgendein... Das geht doch dann. Komm, die fuck on! Well, wir kommen nicht zurück hier, bis wir finden Clem. Das war Vernon. Du denkst so? Definitiv. Hey, Leute. Lee ist richtig. Es war Vernon in der Unterstützung Group. Nein, fucking way! Die Invalid? Their actions contradicten Ihre characterization. Ja. Ja, die Invalid. Er ist richtig. Sie sind nicht Invalid. Sie sind nur Leute. Leute, die haben sich mit schützlichen Situationen, sogar länger, als wir haben. No wonder, sie haben den Rumpf auf uns. Ich weiß nicht, ob sie sich mit schützlichen Wunsch waren, es war ein fucking Boot-Ride. Wenn ich sie finden, ich werde ihre Hände abziehen. Wir hätten das auch gemacht. Es sagt der Typ, der nicht eine Box von Essen aus einem abandenen Auto. Dinge haben verändert. Ja, die Slade haben sich leicht geändert. Also frage ich mich nur, wer hat Clementine? Tch. Tch. Omid, kannst du über die Fence und uns in der Rückkehr bringen? Ja. Das ist nicht passiert. Alles ist so verdammt. Clementine ist noch da. Also wir bekommen Clementine, und dann was? Geht die fuck aus der Stadt. Ich bin mit der Stadt. Wir gehen in die Lande und machen sie eine Schwestern. Ich will nicht wieder zurück zu kommen. Dann geht's dir nichts. Geht dein eigenes Weg. Bleibt magschmeidig. Konzentriert euch. Immerhin wird sich dämlich. Nur noch einen Arm hat also. Hallo? Ich hab hier die Probleme. So, erstmal wieder mit Sicherheit. Vielleicht könnten wir auch die Garagetür wieder schließen. Genau. Ich hoffe, dass wir uns alle getötet haben. Außerdem gehe ich doch sowieso drauf. Ah! Wo kommen die auf einmal alle her? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gut. Alles klar. Oh, scheiße. Ah, sag mal. Lass du mich bei mal in Ruhe? Eben, der kleine Penner. Penner. Ja. Da ist was. Ah! So. Zack. 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 Gärtnerarbeiten hier. So. Ja. Genau das. Ich hab doch gesagt. Bereiten wir uns auf den Kampfort. Oh, scheiße. Die kennen wir doch noch. So. Ja, wie viele Kugeln haben wir dann? Äh. Achso, muss jetzt jedes kleine Stückchen hier. So, jetzt machen wir einen auf. Machst du den Stand-Off oder sowas, oder sowas, oder? So. Toll. Klasse. So, die Frage, wer übernimmt wen? Mal auf diese Person schießen, was ist das? Was ist denn mit meinen Kugeln? Hallo? Noch höher. Oh, du Scheiße. Oh, wie war ich verlor? Klasse. Juhu. So. Ach, du Scheiße. Ach was. Das ist. Das ist scheiße. Ach, was. Witz ist doch immer gut. Ich bin mir. Ich bin mir. Also, keine Ideen. Es muss noch einander sein. Check the floor for any other access, event, anything. Oder wir warten für die Haus zu entfernen und zu hohen. Oh, Gott. Hey. Du bist nicht gut. Und du bist warm. Ähm. Alles klar, jetzt weiß man schon mal wo sie ist. Ja. Stop. Ja. Ja, was könnte passieren? Ach du Scheiße, das ist voll die Diskussion da oben. Leute, da außen sind es tausende von den Typen und ihr macht euch da oben Gedanken. Ah, 500, okay. Ja. Ja, vielleicht in der Moment. Aber wer muss sagen, wenn es ein Problem ist? In diesem Punkt, es gibt keine Zeit mehr, um es zu tun. Das ist weg. Du hörst mir. Wir werden Clementine zurück, mit oder ohne dich. Denn ich habe nicht alles gegeben, um zu sterben, weil wir dumme. Ich bin sorry, okay? Fuck, wir können das nicht. Wir müssen. Wir müssen. Du hast das Gesicht verletzt. Schau mal, liebge. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Was ist auf der anderen Seite dieser Wand? Eine 30-Foot-Drappe? Nein. Diese Manchin schlägt gegen die eine neben der Tür. Hm. Diese Wand ist nicht scheiße. Ist das wirklich möglich? Ja, komm. Ich muss mal ein bisschen randalieren. Kloppt mal die Wand ein hier, ich will hier raus. Okay. Wir arbeiten in Schiffen. Omid, Krista und ich. Lee, du resten. Wir müssen schnell arbeiten. Sorry. Ich auch. Ich verstehe. Ich verstehe. Geh, sitz. Okay. Na, Leute. Ich bin glücklich, dass du uns gesagt hast, wenn du gebeten hast. Es wäre einfach nicht zu sein. Ja. Ja. Wir hätten wahrscheinlich dich alleine alleine lassen lassen, wenn du uns nicht gesagt hast. Das wäre ein Fehler. Wenn ich dich wäre, wäre ich schade. Ja. 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 Scheiße, ne. Ja. 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 Das hoffe ich auch. Ja. 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 und nicht in ein paar Scheisse. Und, du weißt, was auch mit dir passiert, um... Seriosal, können wir nicht so sprechen? Die ganze Zeit, als wir in der Krankenhäuser waren, ich konnte dich fühlen, dass du so gut bist als tot. Ich wurde gebeten, Trista. Du hast es gebeten. Was ist es für dich, um zu planen, um diese Arbeit zu arbeiten? Was ist es für dich, um zu verabschieden? Ich habe nicht verabschieden. Ich will Kenny, um sie zu schützen. Stopp. Du hörst mich? Du bist sicher, Mann? Du kannst ihn nicht sehen, in dieser Familie. Was er macht, um sie zu schützen? Wir machen nicht das gerade jetzt. Trista, hör auf mich. Das ist das, was ich will, okay? Alles klar, ich bin aus dem Gas. Du bist gut und schützend. Natürlich, wenn du nicht ein Knie verabschiedet hast. Du willst mir das tun? Nein, Mann, du kannst nach mir gehen. Es muss nicht lange sein, jetzt. Es ist gut, dass wir uns zu schützend haben. Hat das, äh, fühlt sich besser? Es fühlt sich ziemlich schnell, Chop. Also, ich weiß, dass Kenny, es fühlt sich so gut, wie du erwähnt hast. Ich meine, du denkst, dass es funktioniert? Hat es, hat es hilft, es hilft, es hilft? Äh, gute Frage. Ja, das ist echt scheiße. Alles wird gut. Tja, so ist das. Jetzt sitz mich auf dem Dachboden rum, ne? Ach Gott, schon wieder Schnaps. Ja, ich weiß, was du erzählst, was wir durch? Bits in Pieces. Before y'all, wir hatten diese Frau, Lilly, mit uns. Der Lord weiß, wo sie ist jetzt. Nee. We had, äh, we had, uh, make some tough calls with her dad. She came between Lee and I pretty good. That's been a lot of nights, hating this guy's guts. immer schön nach vorne schauen wir wissen nämlich nicht was hinter dieser wand auf uns war das ist auch noch so eine sache na komm es wird zeit einen schluck zu trinken die situation jetzt darf ich mal jetzt nach dem schrittwissen wurden abgehackten aber auch klemmen entführt wurde darf ich auch mal einen schluck trinken hast du mir schon durch warum sind wir da schon durch hallo das tun wir doch das ganz erst in der nächsten folge bis dahin macht's gut und haut rein